Hallo und stillgestanden hier zu diesem kleinen Infovideo. Ja, hallo Leute und seid herzlich willkommen hier, auch von meiner Seite. Ja, wir haben das jetzt hier als Infovideo gemacht, weil wir werden dieses Projekt abbrechen. Ja, und der Grund ist einfach der, dass dieser Modpack ziemlich schwer ist. Denn, ja, ich kann das mal kurz erklären. Wahrscheinlich hat es, oder haben es einige von euch schon mitbekommen. Und wahrscheinlich auch hat es euch genervt, denn man sucht relativ lange an irgendwelchen Erzen und eventuell findet man überhaupt nichts. Denn mir ist auch schon aufgefallen, denn dass in einigen Plätzen kein Erz gibt, den wir zumindest brauchen. Also kein Eisenerz, kein Kopra, kein was weiß ich was. Wenn es mal den gibt, gibt es wirklich in Massen. Aber das Problem ist eben, dass man relativ viel suchen muss. Ja, das Problem ist einfach das. Im Singleplayer, ich spiele dieses Modpack auch im Singleplayer, wurde gemerkt. Ich vergleiche es jetzt mit dem Singleplayer. Im Singleplayer ist es wesentlich einfacher, Erze zu finden, sowie auch eben halt, dass du die Erze in den richtigen Mengen da hast. Ich würde einfach mal sagen, für den Singleplayer ist es ein super Modpack. Es macht Spaß, es gibt viele Optionen und Varianten, wie man da craften kann. Aber für den Multiplayer, finde ich, ist dieses Modpack leider nicht aufgereift genug. Da gibt es also zu viele Bugs jetzt in dem Moment, die sich darstellen, dass es zum Beispiel wenig Erze gibt. Wir finden andere Sachen wie Eulsand oder zum Beispiel Kohle. Kohle gibt es hier auf dem Server, gibt es Kohle en masse. Kohle finden wir ohne Probleme. Aber dieses Modpack basiert eigentlich darauf, dass man wenig Kohle hat und dann mit so einer Kohleleit arbeiten muss, die dann nur halb so lange brennt im Ofen wie die normale Kohle. Und dafür gibt es von dieser leichten sehr viel. Das heißt, die Verteilung der Erze, die ist nicht so optimal geregelt, muss ich sagen. Leider. Ist wirklich leider so. Ich weiß nicht, speaking of you, ob du das Ganze auch im Singleplayer jetzt noch spielst und das bestätigen kannst. Also ich bin beim Singleplayer beim Dorf, da habe ich mich geradewegs runtergebaut. Also so tippmäßig natürlich. Und da bin ich relativ auf einen riesengroßen Iron-Vorkommen gestoßen. Alles schön und gut. Körper muss ich ein kleines Stück weglaufen. Doch bei Tin hat es wirklich aufgehört. Da bin ich teilweise in den Creative-Modus reingegangen, nur um gefühlte 200, 300, 400 Blöcke weit weg zu fliegen. Um dort irgendwelche Höhlen zu suchen, um dort überhaupt wenigstens ein bisschen Tin zu finden. Deswegen, die Verteilung ist wirklich, auf gut Deutsch, miserabel und beschissen. Gut, wie gesagt, das ist genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Und ja, wir werden hier jetzt dieses Projekt abbrechen. Leider. Haben aber auch gleichzeitig eine gute Nachricht für euch. Richtig. Denn neulich kam ein neues Mod-Pack raus, was uns so ziemlich zugesagt hat. Der Name ist mir gerade nicht im Kopf. Ich kann es dir sagen, weil es mich, mich hat dieses Mod-Pack erstmal an deine Galactic-Science-Reihe erinnert. Ja. Weil es ist eben halt, es basiert nur ein bisschen mit auf diesem Mod-Pack. Und ja, ihr werdet eigentlich die Features, die wir in diesem Mod-Pack für euch vorgesehen haben, nicht vermissen. Weil diese kommen auch in einem anderen Mod-Pack vor. Und zwar ist das Space Astronomy. Und wir starten auf der normalen Erde, also auf der Overworld. Und müssen uns eben halt das ganze Weltall erkundigen. Es gibt dort Raketen, nicht wie bei Galactic-Science, die Speaking Weapon ja gedreht hat, die Folgen. Ja. Nur maximal Tier 3. Mit Tier 3, sondern es geht hoch bis Tier 8. Das ist heftig. Bis Tier 8. Normale Tools von Minecraft Vanilla sind deaktiviert. Wir können nur grundsätzlich mit Tinkers Construct arbeiten. Das ist eins von meinen Lieblings-Mod-Packs. Ja. Ja. Ich habe es auch inzwischen schätzen und lieben gelernt. Ich habe jetzt Space Astronomy im Single-Player angespielt. Und ich habe es mir erlaubt, ihr werdet es dann bei mir sehen, das Ganze mit einem Shader zu sehen. Beziehungsweise mit einem Resource-Pack. Und das sieht schon ganz episch aus. Ja, Resource-Pack werde ich da wahrscheinlich auch mit reinmachen. Aber Shader. Ja gut. Ich habe ihn drin für den Zoom. Und beim Wasser übt er sich bei mir komischerweise nicht aus. Ich habe ihn vielleicht falsch installiert, aber er funktioniert zumindest so weit. Und das reicht mir. Ich sage erst mal, soweit hier rührt euch. Und tschüss. Am Montag werdet ihr dann das neue Projekt Space Astronomy sehen bei Speaking Web und mir. Und ich denke mal, wir werden es dann wieder abwechselnd auch hochladen. Ja. Und werden da dann praktisch die Kooperation, die wir gerade haben, weiterführen. Und ja, ich sage dann mal tschau. Der Kalle winkt mit Sicherheit auch gleich irgendwann mal, wenn er mal hier rüber guckt. Ja. Und sage, rührt euch und weggetreten. Und auch von mir, Leute, hoffe ihr werdet dort mit zuschauen und damit übersteigen. Und auch von meiner Seite haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschau.